Noch bevor die Sonne untergegangen sein wird, hat ein Blutbad stattgefunden. Der Western, von dem man spricht. Ein großer Film, der seine härtesten Vorgänger in den Schatten stellt. Zwei ungleiche Brüder in erbittertem Zweikampf um Hass, Terror und Gerechtigkeit. Ein Name, den sie nie vergessen werden. Sartana. Schrecken, Rache und Tod. Wiranisieren ein verlorenes Land, in dem sich selbst Liebe mit Tränen mischt. Ein einsamer Rächer stellt sich der Übermacht, mit der ihn sein wütender Bruder jagt. Hey, lass sie in Ruhe. Sartana. Lass sie leben, die er zu sterben hat, bestimme ich und niemand sonst. Er lebt nach eigenem Gesetz. Er kennt keine Gnade. Peitsche und Pistole sind seine Sprache. Blut seine Handschrift. Ein Juwel, das 1000 Dollar wert ist für dich, die vornehmste Dame von Campos. Sartana, wo hast du das her? Gehört es einer Frau, die du getötet hast? Zu spät erkennt die betrogene Mutter, dass sie den Bösen vergöttert und den Guten verleugnet hat. Hör auf damit, sonst werde ich abdrücken. Vergiss nicht, was ich dir sage. Dadurch rettest du Campos. Aber du wirst deinen Sohn verlieren. Ich habe mich entschlossen, lieber zur Hölle zu fahren. Und da will ich dich und alle, die hier stehen, gerne mitnehmen. Wen wird die letzte Kugel treffen? Und da will ich dich und alle, die hier stehen, gerne mitnehmen.